Wir haben gekreutzt, indem wir im Wald gegangen sind und im Wald Holz gesammelt haben. Es war ja gar nichts da und man konnte sich auch nichts kaufen. Solange man die Vorräte gehabt hat, die aufgebraucht wurden, dann hat man sich nur insofern helfen können, dass man eben geschaut hat. Die Obersteinburg ist ja sehr waldreich und da haben wir schon Möglichkeiten gehabt. Oder zum Beispiel wir haben diese Möglichkeit auch gehabt. In Vonsdorf ist ein Bergbau und da haben wir auf diesem Bergbau nach Köln gesucht. Also aus der Tiefe wurde die Kohle gefördert und dann gesäubert. Und bei der Säuberung, die sich dann mit den Steinen wegschickt hat, sind ja oft Köln dabei gewesen. Und da haben wir auf den Kölnhaufen uns die Köln rausgesucht und mit denen haben wir gekreutzt. Die Kamerung, die sich dann mit dem Köln herumschlagen, können wir auf den Köln sicherbleiben gehen. Und da haben wir auf den Köln anh Saar oder die Köln ausgesucht. Die Köln schlaufen uns die Köln ab.